Qualifikation zur Fußball-Weltmeisterschaft 1986 Für das Weltmeisterschaftsturnier in Mexiko im Jahre 1986 hatten sich insgesamt 121 Verbände gemeldet, darunter 33 Mannschaften aus Europa, 29 Mannschaften aus Afrika, 27 Mannschaften aus Asien, 10 Mannschaften aus Südamerika, 18 Mannschaften aus Nord- und Mittelamerika, 4 Mannschaften aus Ozeanien, qualifizierte Teams, da Titelverteidiger Italien und Veranstalter Mexiko direkt qualifiziert waren und das WM-Turnier mit 24 Mannschaften ausgetragen wurde, standen für die verbleibenden 119 Mannschaften 22 freie Entrundenplätze zur Verfügung, davon gingen, da sich Jamaika, Grenada, Barbados, Oman, Lesotho, Niger und Togo zurückzogen und der Iran ausgeschlossen wurde, Alle beteiligten sich 111 Mannschaften an der Qualifikation neuer WM-Rekord. Weiterhin zog der Libanon in der laufenden Qualifikation nach vier deutlichen Niederlagen seine Mannschaft zurück. Europäische Zone UEFA 32 Mannschaften spielten in drei Vierergruppen und vier Fünfergruppen. Alle sieben Gruppensieger und die vier Gruppen Zweiten der Fünfergruppen waren für die WM 1986 in Mexiko direkt qualifiziert. Die drei Gruppen Zweiten der Vierergruppen spielten zusammen mit dem Ozeaniensieger zwei weitere WM-Startplätze aus. Hinzu kommt noch Titelverteidiger Italien. Tabellespielergebnisse, Playoff-Begegnungen, Südamerikanische Zone, Conmebol. Zehn Teams spielten in einer Vierergruppe und in zwei Dreiergruppen. Die drei Gruppensieger waren direkt für die WM 1986 in Mexiko qualifiziert. Die drei Gruppen Zweiten und der Gruppendritte der Vierergruppe ermittelten in zwei K.O.-Runden den vierten WM-Entrunden Teilnehmer. Tabellespielergebnisse, Playoff-Begegnungen somit qualifizierte sich Paraguay für die Fußball-Weltmeisterschaft 1986. Nord-, Zentralamerikanische und Karibische Zone, Conca-Caf. Die Sieger der Playoffs der ersten Runde qualifizierten sich für die zweite Runde. Guatemala hatte ein Freilos drei weitere Mannschaften zogen aufgrund des Verzichts ihrer Gegner kampflos in die zweite Runde. Die zweite Runde wurde in drei Dreiergruppen gespielt. Die drei Gruppensieger bestritten die Conca-Caf-Entrunde. Der Sieger der Conca-Caf-Entrunde qualifizierte sich für die WM 1986 in Mexiko. Hinzu kommt noch Gastgeber Mexiko. Erste Runde, Gruppe 1, Gruppe 2, Gruppe 3, zweite Runde, Tabellespielergebnisse, Conca-Caf-Entrunde, Tabellespielergebnisse, Asiatische Zone, AFC, Westasien und Ostasien stellten je einen WM-Entrunden Teilnehmer. In beiden regionalen Blöcken gab es je vier Vorrundengruppen. Die Gruppensieger qualifizierten sich für die Halbfinals. In zwei K.O.-Runden wurden dann die WM-Entrunden Teilnehmer ermittelt. Aufgrund des ersten Golfkrieges sollten die kriegführenden Staaten Iran und Irak ihre Heimspiele auf neutralen Plätzen austragen. Dieser Aufforderung folgte lediglich der Irak, der seine Spiele in Kalkutta, Kuwaitstadt und in der saudi-arabischen Stadt Jaiif austrug. Iran hingegen weigerte sich auf neutralen Plätzen zu spielen und wurde daraufhin aus dem Qualifikationsturnier ausgeschlossen. Westasien, Tabelle Oman, zog sich zurück. Tabelle Libanon zog sich nach vier Spielen zurück. Spielergebnisse Iraks Heimspiele wurden auf neutralem Boden ausgetragen. Tabelle de Iran wurde von der FIFA suspendiert. Spielergebnisse Halbfinale Finale Ostasien-Tabelle Spielergebnisse Playoff-Begegnungen Afrikanische Zone CAF 29 afrikanische Mannschaften spielten um den Einzug in die Endrunde. Es wurden vier Runden im K.O.-System gespielt. Die Sieger bei der Finalrunde in Patien qualifizierten sich für die WM 1986 in Mexiko. Erste Runde 1 Madagaskar kampflos weiter, da Lesotho zurückgezogen hat. Zwei Libyen kampflos weiter, da Negat zurückgezogen hat. Drei Guinea kampflos weiter, da Togo zurückgezogen hat. Freilose Kamerun, Algerien und Ghana zweite Runde, dritte Runde, Finalrunde, Ozeanische Zone, OFC. Vom OFC nahmen nur Australien und Neuseeland an der WM-Qualifikation teil. Hinzu kamen noch Taiwan und Israel, die aus politischen Motiven der Ozeaniengruppe zugeordnet wurden. Die vier Mannschaften spielten in einer Punkt-der-Runde mit Hin- und Rückspielen den Ozeanien-Sieger aus. Der Ozeanien-Sieger musste dann gegen einen Gruppenzweiten aus einer der drei europäischen Vierergruppen in einem Playoff antreten. Der Sieger dieses Playoffs qualifizierte sich für die WM 1986 in Mexiko. Tabelle Spielergebnisse Taiwan verzichtete auf sein Heimrecht und spielte beim jeweiligen Gegner.